Okay, es war ziemlich eindeutig, es gibt dieses Jahr, es gab doch einen Nachwuchs, es ist eindeutig ein kleiner Biber. Schade, dass es schon zu dunkel ist, selbst für die Kamera. Das ist auch noch ein Baby, du hast mich als Baby immer gesagt, du räumst dein Zimmer auf, räumst dein Büro auf. Ja, du merkst, deine volle Windel, komm mal raus. Du hast mir aber selbst eigentlich gedacht, du sollst ein Haus aufbauen und deinen Müll zu verlieren. Das Baby schiebt wieder raus, du sagst ja, du hast ein Baby noch zu packen. Ja, ja, klar, klar. Ja, danke. electin Must. Vielen Dank.